An diesem Film möchte ich euch erzählen und zeigen, warum wir jeden Tag Zitronenwasser trinken sollten. Viele unglaubliche gesunde Angeschafften, die Zitrone hat, möchte ich euch mitteilen. Zitronenwasser ist ein Alleskönner. Zitrone heißt auch ein saures Wundern. Wasser mit Zitrone hilft bei Gewichtabnahmen. Zitrone enthalten Pektin, Phasern, die helfen, Heißunger zu unterdrücken. Wasser mit Zitrone hilft bei Gewichtabnahmen. Wasser mit Zitrone hilft beim Auflösen von Gallensteinen, Nierensteinen, Bauspeicheldrüsensteinen und Kalkablagerung. Zitrone lindert Sonnbrennen, ist sehr gut für die Haut. Das Vitamin Z Zitrone verbessert unsere Haut durch die Verjüngung des Körpers. Regelmäßige Trinken verbessert den Zustand der Haut. Kann helfen, den Blutdruck zu senken. Eine tägliche Aufnahme von einer Zitrone kann Höhenblutdruck um 10% zu reduzieren. Reinigt Blutgefäße und Arterien. Hilft auch bei den Funktionen des Nervensystems, weil Zitrone einen Höhengehalt an Kalium hat. Hilft für die normale Arbeit der Stoffwechsel. Reinigt die Leber. Zitronensaft regt die Leber an, um Giftstoffe freizusetzen. Hilft auch bei Bekämpfung von Infektionen der Atemwege. Hilft bei Halsschmerzen und Mandelentzündungen. Die Zitrone ist reich an ganz viel Vitamin C und Antioxidanten. Hat eine antibakterielle Wirkung und fördert die Ausleitung von Giftstoffe. Stärkt unser Immunsystem und soll sogar vor Krebs schützen. Und ihre Schale, die Schale von der Zitrone, also deshalb ist es besser, wenn man immer Bio-Zitrone benutzt, in die Schale stecken, oder die Schale enthält ganz viele wertvolle, ärterische Öle. Also, wir sollten jeden Tag trinken, ein Glas warmes Wasser mit dem frisch gepressten Saft eine halbe Zitrone oder eine ganze Zitrone. Ganz nach eurem Geschmack kann man auch mit ein wenig Honig südeln. Ich habe hier ein Glas fertig gemacht, eine Zitrone Bio habe ich gepresst mit ein bisschen, mit 200 ml warmes Wasser und ein Blatt frischer Minz. Ich wünsche euch viel Spaß zum Nachmachen.